Einer? Ich sehe da jede Menge. Auch wieder Eis als, äh, Schwäche. Das kann ja lustig werden. Ähm, aber wir machen zumindest ca. 4000 Schaden mit einem Heap. Naja, das kann nur gut werden. So, ein Drache ist so gut wie down. Ich aber auch. Weil ich auch mitten im Getümmel hier stehe. Ach ja, im Auftrag der 1. Dr., wir sollten... Ah, da war ja noch ein Nebenkurs, die wir erledigen mussten. Ach ja, ach ja, ach ja. Da war ja was. Kriegen sie irgendwie mal einen Flügel. Alter, ich hab... Hab ich vollpariert und so, hä? Hab ich. Ist nicht wahr. Na komm. Nicht so. Genau, so sieht's besser aus. Ah, okay. Vielleicht auch nicht. Aber Versuch war's wert. Ja, mal kurz dahin. Anvisieren. Drauf da. Und einfach immer wieder zurück und immer fester drauf. Immer fester drauf. So, vielleicht hier nochmal einen Konduktor. Zum Leveln. Ich nutze das jetzt hier in Massen, damit ich das dann irgendwie mal leveln kann. Ich finde das keine... ...keine verkehrte Idee eigentlich. Also, wenn sich das hier levelt... ...könnte man machen, ne? Also, die hier haben wesentlich weniger eine Chance, als diese scheiß Wespen. Ehrlich. Ja gut, das Ding ist hoch, wie oft wollt ihr noch drauf kloppen. So. Geht doch. Easy. Das war wesentlich einfacher als das andere. So, war hier nicht noch irgendwo in der Nähe ein Schatz? Da. Dann holen wir uns doch den mal schnell, oder? Ist hier jetzt kein Akt. Das mach ich ja fast. Ein Akt. Ne, Moment. Ähm. Ja, und dann wollen wir uns hier sowieso noch... ...weiter umgucken, was wir da noch so finden in diesem komischen Berg. Gibt ja wohl irgendwie da hinten noch eine Art Brücke oder so. Irgendwas ist da ja gelb eingezeichnet auf der Map. Was ist das hier? Ein Geysir? Eine heiße Quelle? Ich weiß es nicht. Ein Luxusbaustein. Uiuiuiuiui. Okay. Weiter im Text. Quest abgeben, hier. Ja, das sind alles Geysire, heiße Quellen und hast du nicht gesehen. Na gut, wir sind doch am Vulkan, ne? Kann sowas schon mal vorkommen. Ah, ich glaube, es ist ein Vulkan. Der Wind ist echt angenehm. Ja, das stimmt. So, einmal wieder absteigen. So. Und dann sagen wir mal, Jut, ein Dach. Ah, Kundschaft. Schlagt euch mal schön den Bauch voll. Immer doch. Oh, nicht schlecht. Finde ich auch. Nochmal 7000 Geer. Yay. Hast du noch irgendeine tolle Quest? Auch. Das hier geht ja noch nicht, weil ich erst Rang 5 in der Jägergilde brauche. Hm. Was heißt denn auf der Speisekarte? Rät ihr jetzt das Geflügel? Ach komm, wir nehmen das mal. Okay, einen kurzen Moment, bitte. Einfach mal mitnehmen und dann über das Essen beschweren. Hoho, Essen fassen. Ich dachte schon, wie scheiße sieht denn das aus. Aber jetzt hat er die Textur geladen, jetzt sieht es besser aus. So. Zwar immer noch wie ausgekotzt und hingeschossen, aber hey, sieht besser aus. So, bei wem? Wo muss ich denn jetzt die Queste abgeben? Das ist doch hier bestimmt irgendwie die die Tante. Da. Wo ist die? Da hinten. Dann immer mal hin da. Guten Tag. Den Wüffernflügel übergeben. Ja, bitte. Sehr schön. Perfekt. Besser geht's nicht. Und in gutem Zustand auch. Dafür kriegt ihr ein Bienchen. Hier. Ein Bienchen. Ernsthaft? Für das Hausaufgabenheft oder was? Hm. Ein Erdanhänger. Sorry, bin beschäftigt. Keine Zeit. Ah ja, klar. Hat die denn jetzt irgendwo für Karte eine weitere Nebenquest? Da oben haben wir noch weitere Quests. Okay. Auch hier. Ich weiß noch nicht, wo wir da hinkommen. Da ist Sanja und Dave. Das heißt, da muss auch irgendwie noch ein Dörfchen sein oder sowas. Da haben wir noch die Angelquest. Ich bin aber echt, ne? Kurz davor zu sagen, Gehen wir mal da hin und gehen wir mal da hin. Nur um hier zu gucken, was hier ist. Und dann vielleicht auch hier in den Dungeon rein und so. Nur um zu gucken, ob ich dafür denn schon das richtige Level habe. Was ich nicht weiß. Wir gucken erst mal, ob wir da über diese, ich nenne es mal, Brücke kommen. Ich weiß es nämlich nicht. Weiter geht's. Gladio. Mal schauen. Abwarten und Kakao trinken. Und Augen auf. Augen auf ist sowieso immer wichtig. So. Dann. Müsste ich hier schon wieder abhegen. Das ist doch nicht wahr. Bin schon zu weit gelaufen. So ist es immer gut. Wenn ich einfach weiterlaufe, als ich eigentlich muss. Der Wind ist echt angenehm. Ja, das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass der Wind, umso im Vulkan, relativ trocken ist. Sehr, sehr trocken. Aschig. Ein aschiger Wind. Da kommen wir nicht hoch. Okay, bin ich immer noch verkehrt, ne? Muss ich immer die Karte öffnen, gerade. Schon schlimm. Dabei will man ja nur mal gucken, ne? Nochmal ganz kurz. Ob es da wirklich eine Brücke gibt oder etwas in der Richtung. Hm. Irgendwie weiter links. Hier. In der Zeit sehe ich nicht, wie man da wirklich großartig weiterkommen kann. Hm. Was mich auch noch so ein bisschen stutzig macht, sind ja... Ähm, diese, diese... Festungen des Imperiums. Die wir bisher noch nicht eingestampft haben. Zum Beispiel die eine, die da in Lead irgendwo rumsteht. Ne? Wo wir ja auch noch nicht... Äh... ...drin gewesen sind. Wo wir dafür keine Quest hatten und auch so nicht reinkamen. Wo komme ich denn hier hin? Komme ich hier dann zum Dungeon? Ja. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Immer schön den Skorpionen hier entlang. Skorpione weisen den Weg. Da ist der Dungeon-Eingang. Na dann. Jocobo, danke, dass du uns hier hergebracht hast, aber... ...wir werden mal weitergehen. Hier beginnt der Aufstieg. Müssen wir da unbedingt hoch? Bestimmt. Gibt es dafür jetzt irgendwie eine Quest? Nö. Das heißt, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt hier... Ähm... ...das richtige Level dafür hab. Wir werden es herausfinden. Schon. Die Mühe wird sich garantiert für uns lohnen. Schon möglich, aber... Was wenn nicht? Dann war es immerhin ein gutes Training. Für dich vielleicht. Erforschung des Ravatoka. Jetzt haben wir die Quest. Nein. Aufgaben. Och so, nur Level 30, das geht. Ich dachte, das ist ja auch hier wie... ...wie... ...wie dieser Baloova-Minen da. So eine Level 50 Quest. Aber das hier ist ja dann... ...ist ja easy going. Ne? Einmal kurz schnell durchrennen. Guten Tag. Siehst du? Ja. Easy. Perfekt. Wahrhaft unwirtlich. Hoffentlich kommen wir hier heil wieder runter. Ach, bestimmt. Wenn nicht, dann nicht. Das macht Sinn. Ist ja, da liegt ja auch noch nirgends ein Item rum oder so. Aha. Was macht ihr denn hier? Zack. Immer auf die Hörner. Weil irgendwie brauchen wir ja noch n Horn, ne? Für, ähm... ...das Ultima-Schwert und sowas. Drillhorn. War es das Drillhorn, das wir brauchten? Weiß ich nicht. Spindelhorn-Schweif war es definitiv nicht. Ach, komm. Schauen wir mal ganz kurz hier. Aufgaben. Äh... Solides Drillhorn. Ah, okay. Das heißt, es ist grundsätzlich schon mal nicht so verkehrt. Aber wahrscheinlich ist die Drop-Chance von einem soliden Drillhorn... ...was ganz anderes. Oh, schau mal. Das wird schon... ...der Weg gabelt sich hier. Welche Richtung, Nath? In irgendeine. Immer schon hier mit Bob-Angriff, die Dinger töten, wegen den FP-Punkten. Was haben wir denn hier? Vorwärts. Och, nö. Ne Sackgasse. Dein Ammonit-Fossil. Lässt sich nicht ändern. Zurück zur Abzweigung. Das war aber okay. Dann konnten wir wenigstens das Fossil einsammeln. Da liegt auch was. Ein Sandstein. Ein Stein, auch Sand. Bis zum Gipfel geht das noch. Ach, du bist ein blöder Berg. Also spar dir den Atem. Ah. Das ist es. Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. Aber du kanntest vorher einfach gar nicht, dieses Gewürz hier. Diesen Ingwer. So. Weiter geht's. What? Voll fertig. Ich auch. Die Hänge sind steil. Ja. Passt auf, dass ihr nicht runterrollt, ihr Sportmuffel. Okay. Nein, 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 nein. Ach. Ernsthaft? Wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Wo soll ich da halt wirklich immer sprinten? Hm? Ich glaube ja. Ich glaube, so komme ich schneller von A nach B. Boah, ist aber wirklich steil. Steile Sache. So. Boah. Ist aber noch ein Stückchen. Oh nein, 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 nein. Oh. Puh. Ist hier eigentlich irgendwie wat? Ich glaube, ich kann da eh nicht runterspringen. Hm. Nein. Oh. Viel springen ist da nicht. Hätte ich gedacht, hätte ich da einfach so ein bisschen so, um mich zu retten, dann da irgendwie Langspringer, aber ist ja nicht drin. So. Da haben wir irgendwie so eine Feldzunge, die da so ein bisschen rausragt. Wo ich natürlich sehr gut vorankomme. Wo ich natürlich sehr gut vorankomme.